so freunde der runden kugel heute ist ein besonderer tag kein hamburg kein hannover kein brem nein heute brennt nur dieser baum mein kleiner aber feiner weihnachtsbaum ich wünsche euch ein paar besinnliche tage entspannt euch trinkt nicht zu viel aber genießt die freie zeit mit euren besten wir sehen uns spätestens am 27 dann wieder wenn es heißt wer wird der neue trainer in hannover also bis dahin peace